Herzlich Willkommen, liebe Zuschauer und Zuschauer, und wir sind zurück auf unserem Projekt, RP-Projekt, die Altkirchener. Mein Mitarbeiter ist nicht da, der ist nach einer langen Feier, wird der irgendwo betrunken in der Ecke liegen, ob es ihm gut geht, wissen wir nicht, bis jetzt haben wir noch nichts gehört, ist aber auch nicht schlimm, mein Handy, Mist, mein Handy, ach, Achtung, ihr Schlemmer? Grüß Gott, Herr Schlemmer, hier ist der Herr Weganus, in meiner letzten Amtsstadt in dieser Stadt, das kann sie freuen. Wie, Ihre letzte? Ja, machen wir so rum, neben Ihrem Logistikhof sind doch von so einer Fahrgeschäftsfirma ein paar Dinger aufgestellt worden. Ja, da hat man mich gefragt gehabt, da hatte ich ja zugestimmt gehabt, da habe ich gesagt, ja, können Sie ruhig. Genau, ist das okay, wenn wir uns da treffen in den nächsten Minuten? Herr Weganus, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn Sie abtreten, komme ich doch sofort, ich lasse alles stehen und liegen, ich bin sofort dann bei Ihnen. Genau, ich rufe jetzt noch den Herrn de Bois an. Ja. Und dann hoffe ich, dass wir uns da gemeinsam nach treffen können, ja? Ja, klar, mach mal. Okay, dann wünsche ich Ihnen was. Ja, ich Ihnen auch. Dann wollen wir mal fahren. Komm, wir machen heute mal in Ansicht. Oh, das ist ein schöner Mercedes. Eigentlich rauchen wir nicht im Auto, aber kommt, was soll's. Dann rauchen wir heute mal ins Auto. Meine Frau ist jetzt nicht da, die fährt ja nicht mit. hier stimmt aber was mit der muss man gucken wie gibt eigentlich ein blinker unser blinker geht auch noch gucken was diese schönes aufgestellt haben dann näher die genehmigung sehr schön da haben die wirklich sehr 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 schön gemacht haben wir natürlich das problem dann würde ich sagen haben wir einfach auf der wiese drauf parkplätze haben wir jetzt nicht das hätten wir eigentlich machen müssen da kommt dann parken wir lassen wir mal die leute hier parken so irgendwie noch keiner da ok dann passt es ja auch mal passt ja keinen copy shop und dann trinken wir jetzt mal eine kleine cola nehmen wir erstmal kaffee schön kaffee lecker immer noch keiner da ist der kaffee schön so muss ich sagen ach da kommt der herr weggann aus oben ein auto mein auto und nicht dass er mein auto war noch letzten am zeit ja schön gepackt und daher weniger nur schön dass sie abtreten so nicht so vor ach so ach so Na, der Herr de Bois wird auch noch gleich kommen. Ja. Aber der Start, was hier doch aufgebaut ist, ist doch gut geworden, oder? Ja, ich muss sagen, haben die doch sehr gut gemacht. Auch vom Platz her hat es auch gut gepasst. Ja, ja. Ja, leider, die mussten wohl nochmal ein- oder zweimal hätten sie jetzt auch fahren müssen. Das wäre dann auf jeden Fall noch eine schöne Attraktion für unsere Stadt gewesen. Aber gut, ich habe da jetzt erstmal alles abgesagt. Ja gut, ich muss dazu sagen, die hatten mich ja gefragt und ich glaube, ich hatte von ihnen auch mal einen Schrein bekommen. Aber sie kennen mich ja, ich und E-Mails lesen und so, das ist ja immer so eine Sache. Und ich fand die Idee eigentlich sehr gut. Ich muss ja auch mal sagen, auch jetzt, wo sie abtreten und ich ja nicht immer mit ihnen zufrieden war, wir haben ja wirklich viele Tiefpunkte gehabt in unserer Zeit oder ihre Amtszeit hier, wo ich sagen musste, das fand ich eine sehr, sehr gute Idee von ihnen, mal so was hier zu veranstalten. Und da habe ich gedacht, komm, hier ist das Baugrundstück, es ist ja der Bauunternehmer hat es ja nie auf der Reihe gekriegt, die Logistik dorthin zu bauen, obwohl ich den ja schon Auftrag erzählt gehabt hatte. Und da habe ich gedacht, warum den nicht hier hinstellen, ne? Ja. Gucken wir, der Herr Job, boah, kommt mit seinem schönsten Sonntagsfahrzeug um die Ecke. Ja. Bonjour, die Damen und Herren. Also, Herr Jobar, ich weiß nicht, ob Sie die Tage das hier schon mal gesehen haben, was hier angefangen werden sollte. Wir wollten ja eine Stadt festmachen. War ja alles in Planung. Ich hatte mich nur die Tage gewundert, weil hier so viele LKWs hingekommen sind. Die mussten ja alle bei mir vorbei. Ja, also, es ist so rum, es gibt so ein paar Rückmeldungen. Einmal unser Offizier, der Herr, keine Ahnung, wie der gerade hieß, ist strafversetzt worden. Den gibt es in unserer Stadt nicht mehr. Sie meinen den Inspektor Schussel? Genau, den Herrn Schussel, genau. Den gibt es nicht mehr. Und Ihr Mitarbeiter, Herr Schlemmer, jetzt wahrscheinlich nicht trauen, sich bei Ihnen zu melden. Nee, ich vermute mal nicht. Ich denke, man hat wieder zu tief ins Glas geguckt. Liegt irgendwo in der Ecke? Ich kann Ihnen sagen, wo er liegt. Eine Ausnüchterungszelle. Ja, noch besser. Da passt er auch hin. Ich meine, ich habe ja genug Strafe wegen Ihnen zahlen müssen. Und ich warte ja bis heute noch, ja, ich hatte ja Schulden, weil das ist ja nicht gerade billig gewesen alles, wo ich ja vorgestellt habe, was ich auch nie wieder machen werde für Mitarbeiter. Also, es war eine Lehre für mich. Ja, also, das zu dieser Geschichte, zu der anderen Geschichte. Ich habe Möglichkeiten, in drei anderen Städten als Bürgermeister wieder tätig zu werden. Ich habe das Datum ja aber noch keine ausgesucht, was ich machen möchte und weiß auch nicht, ob ich überhaupt noch mal als Bürgermeister irgendwo mich niederlasse oder als Stadtsvorrat oder irgendetwas. Du hast es mit, keine Ahnung. Also, Herr Wegenus, mal unter uns, ich finde, Sie sollten gar kein Bürgermeister werden. Also, das liegt nicht an Ihnen. Also, nee, nee. Also, sollten Sie nur irgendwo in die Stadt reinkommen, sind Bürgermeister nicht, kriege ich das mit, damit ich schneller weg als Sie gucken können. Also, Sie als Bürgermeister waren einfach überfordert. Sie waren einfach nicht in der Lage. Aber das können wir jetzt auch so, das können wir auch so ja zum Schluss auch so sagen. Ich meine, Sie wollen ja sowieso abtreten, deswegen bin ich auch hier und da können wir das ja auch so sagen. Also, es ist ja so rum, dass ich ja auch einfach ins kalte Wasser geschmissen worden bin. Ich könnte nicht ahnen, dass wir hier so einen verrückten Franzosen und ein verrücktes Lohnunternehmen hier haben. Also, ich muss Ihnen sagen, wir waren vorher glücklicher, bis Sie natürlich der Bürgermeister gemacht haben, aber jetzt sind wir noch glücklicher. Jetzt ist es ja wie Weihnachten, Ostern in einem Topf. Das ist einfach wie Glücksgefühle von 50 Jahren oder so. Also, das kann man gar nicht vergleichen. Ja, Es ist ja so rum, Ihr Mitarbeiter ist ja und war ja sehr gesprächig. Der ist immer gesprächig. Ja, und ich würde ja an Ihrer Stelle ein wenig aufpassen, weil der hat sie, wollte sie melden. Ob er das jetzt natürlich in seinem besoffenen Kopf noch machen wird, das weiß ich nicht. Aber bei Ihnen sind wohl irgendwelche Substanzen in dem Boden gesickert und, und, und. Drücken Sie da ganz einfach mal die Daumen, dass Sie da nicht noch irgendwas hören werden. Von mir müssen Sie nichts befürchten. Ich habe damit nichts mehr Mut. Bei mir können so viele in den Boden gesickert sein. Es könnte auch schon mal sein, dass ich mal eben als Klöche müsste. Also, das kann gut möglich sein. Das möchte ich gar nicht so abstreiten. Genau, und bei unserem Herrn Devoir steht es ja immer noch an mit den Fahrzeugen, dass die da so ein bisschen laut waren und es dort auf jeden Fall eine Menge Beschwerde gekommen sind. Aber, wie gesagt, Herr Veganos, um dazu mal etwas zu sagen. Ich kenne einen Haufen Leute hier im Ort und da hat sich bisher in den ganzen Jahren noch niemand darüber bei mir beschwert. Ja, das mag ja auch alles sein. Wie gesagt, es soll für mich nicht die letzte Amtshandlung sein, Sie jetzt hier oder beiden jetzt hier irgendwie noch in die Karre zu pissen. Ja, meine letzte Amtshandlung wird sein, dass wir uns irgendwo, was weiß ich, auf einem Bierchen auf jeden Fall irgendwo treffen werden oder jetzt gleich hinfahren können und dann, das wird dann mein Abschied sein und die Rechnung zahle ich dann. Sie meinen, die Stadt bezahlt die Rechnung? Das habe ich ja nicht gesagt, ne? Ja, aber wir kennen Sie ja, Sie haben ja unsere Steuergelder verpufft und nachdem Sie ja einen ganz komischen Mitarbeiter hatten, wo wir ja nicht wussten, es ist Männlein oder Weiblein, muss ich Ihnen ja sagen, haben Sie unsere Steuergelder ja ganz schön. Ich meine, Sie haben ja die Altkirchen so runtergewirtschaftet, dass hier sehr viele Mitbürger und Mitbürgerinnen ja abgehauen sind. Herr Stemmer, ja, ja. Wo sind denn die Steuergelder? Sprich, haben Sie immer zu welchen bezahlt? Ja. An wen denn? Das kann ich Ihnen sagen, an der Stadt. Ja, aber nicht unter meiner Handlung, also nicht unter meiner Amtszeit. Dann kann ich nichts dafür, wenn Sie ganz schlechte Mitarbeiter haben in der Buchhaltung, die nicht richtig Buchhaltung lesen können. Ist klar, wie gesagt, wir belassen das jetzt einfach mal so. Also, das ist mein privates Geld, womit ich die Rechnungen zahle, machen wir sich da keine Sorgen. Dann bin ich zufrieden. Genau. Und ja, leider Gottes, das wird hier alles wieder abgebaut und schade um dieses schöne Karussells. Ja, gut. Was wäre Ihnen denn dann recht? Lieber Käffchen, lieber ein Bierchen? Erstmal einen Kaffee. Das ist gut. Wir haben ja auch noch früh, um 11.12 Uhr können wir ja auch nicht anfangen, gleich zu saufen. Das haben Sie gesagt. Wo hatten Sie gedacht, dass wir hingehen sollen? Ich weiß es nicht. Kennen Sie irgendwo, wo wir hin können? Wenn wir gerade so etwas zu trinken, könnte man ja an den Imbiss am Sportplatz gehen. Ja. Fahren Sie vor? Besser nicht mit Ihrem Auto, ne? Ja, ich würde sagen, Debor, Debor gibt es ja bestimmt noch nichts, oder? Nee, das sieht alles hier noch so leer aus, also. Nee, hier gibt es noch nichts. Nee, nee, alles gut. Ja, würde ich sagen, Debor, fahren Sie doch mal vor. Kein Problem. Das können ja was werden. Ja. Ich muss ja den erst noch anprobeln, oder was muss er mit ihm machen? Okay. Ei, 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 ei. Genau der Einzelne, der hier blinken tut, ne? Tja. Lange will er ja noch blinken. Der Ding fährt ja mal schneller als 30. Das ist denn hier nicht in Ordnung. Da, ich bin der Einzelne, der hier blinken tut. Na, guck an, hier wäre doch... Ei! Wo wolltest denn hin? Hier links wäre doch hier so ein, äh, so ein, so ein, so ein, so ein, Kaffeebad, da können wir doch hin. So, guck an, hier kriegen wir doch alles, was das Herz begehrt. Sogar für unseren Lohnunternekel gibt es bestimmt auch sogar Sexzeitschriften hier. Nein, gucken wir mal. Das interessiert uns nicht. Oh, Beate Huse, nee, haben sie doch nicht, schade. Ja, aber doch. Also, Rechnung geht auf mich, Prost hat da, Mädels, ne? Prost. Ja, ein Kaffee. Genau. So, liebe Leute, wollen wir uns hier versammeln? Ich werde jetzt mal hier den Vorsprung machen. Das ist heute die letzte Aufnahme. Wir werden das Projekt, jetzt Dienstag ist die letzte Ausstrahlung von unserem Projekt. und, ähm, ja, möchte irgendeiner dazu noch was sagen? Debo, wie haben Sie das Wort? Ich hoffe, die Zuschauer wieder beim 22er wiederzusehen, wenn wir ein neues Projekt starten. Genau, auch da suchen wir natürlich noch Leute, wer da mitmachen möchte, kann dieses gerne tun. Können sich gerne auf dem Discord melden, entweder bei mir oder bei Mario. wird ja auch später unten wieder im Video verlinkt sein. Einmal den YouTube-Kanal und so. Ideen sind auf jeden Fall schon da. Und, ähm, ja, da wollen wir einfach mal gucken, wie sich das umsetzen lässt. Ähm, ich weiß ja nicht, was der Schlemmer dann anstellt. Aber hoffentlich wird der kein Lohnunternehmer. Also ich, ich möchte auch jetzt mal auch zu den Zuschauern sagen, ähm, er ist auch ein ganz dickes, Dankeschön, dass ihr uns, äh, in den 49. Folgen, die existiert sind, uns unterstützt habt. Immer auch wieder, äh, da war, auch, äh, Kommentare hinterlassen habt. Und, äh, wie gesagt, im November, wenn der LS 22 herkommt, würden wir uns natürlich freuen. Auch, äh, Herr Weganos würde sich freuen, wenn er nicht bis dahin verheiratet ist. Man weiß es ja nicht, äh, wie ihr dann einschalten würdet und uns auf jeden Fall treu bleibt, weil, ohne euch, wären wir, glaube ich, hätten wir nicht so viele Aufnahmen hingekriegt. Natürlich sind die Leute, die Gastrollen gespielt haben, auch nicht zu verachten. Ihr habt es ja mitbekommen. Einmal den Herrn Schussel, der mitgespielt hat, äh, unser Polizist, das war der Kevin. Dann, äh, wen hatten wir denn noch dabei? Wir hatten den, den Herrn Bauer Hans als Tobias mit dabei. Ähm, der, der besoffene, ähm, äh, der besoffene, äh, ständig besoffene Pilzarbeiter bei, äh, allerdings natürlich ganz nicht auszuschließen, den Herrn Schmidt von der Bank, der die Bank gespielt hat, der Andreas. Ähm, dann der Q-Fuchs, der uns ausgeholfen hat, ähm, auch hier als Oberpolizist, oder was er auch immer noch, äh, da er gemacht hat, kriege ich jetzt nicht ganz auf der Reihe. Wen hatten wir noch? Ähm, ja, einmal den Herrn Schlemmer als, äh, Frau Mario, S-A-B-D, ne, und, äh, natürlich unseren, ähm, Marquis Charles de Bois. Ich hoffe, ich hab den jetzt auch richtig ausgesprochen als Moselbrücke. Natürlich auch an euch. Und nicht, und nicht zu vergessen unseren Herrn Topper. Ach, der Herr Topper, der hat ja zwei Rollen gespielt. Stimmt, den hab ich ganz vergessen. Ja, der Herr Topper war als erstes der schwer verunglückte. Und jetzt war er der, äh, ja, Herr Weiler. Mitarbeiter der Gemeinde. Ja, Herr Weiler. Genau, ein Mitarbeiter von mir. Ähm, trotz dass er so wenig Zeit hatte, Dankeschön auch an Ihnen, dass er mitgemacht hat. Ähm, wie gesagt, an allen, die hier mitgewirkt haben, sprich, die, ähm, auch Gastrollen gemacht haben, ein herzliches Dankeschön. Und, ähm, ja, auch die Unterstützung, die über YouTube gekommen ist. Na, die Rücksprachen und auch natürlich, Mario, an dich ja auch ein Dankeschön, ne, für deine Gebäude, für deine Bearbeitung, und, und, und. Mobil auch an dich. Du hast ja auch viel rumfuhrwerkelt, mit irgendwas aufstellen, und, und, und. Wie gesagt, ich hoffe, ihr seid in dem nächsten RP-Projekt im LS22 auch mit dabei. Gibt es noch keiner mehr was? Ja, ja, was haben wir noch zu sagen, ne, äh, da gucken wir mal, was für Gebäude dann noch entstehen, ähm, vielleicht kommen noch Gebäude, vielleicht kommen noch sogar schöne Gebäude, auch da müssen wir mal gucken. Wie gesagt, wir haben eigentlich alles gesagt, äh, würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr dann wieder einschalten würdet. Mose? Ja? Äh, Herr de Bois. Im, äh, 22er gibt es ja ganz interessante Berufszweige hier in, äh, der Landwirtschaft, weil da kann man ja auch Weinbau betreiben. Mhm, dann ist ja Mosel dauerbesoffen. Äh, nein, Mosel darf keinen Weinbau machen. Ja, äh, oder der Herr Schlemmer macht den Weinbau, dann ist er auch dauerbesoffen. Nee, da müssen wir mal gucken, ne? Also, wir werden, da werden wir natürlich noch nicht so viel fahren, weil es gibt ja etliche Sachen. Man sagt, man weiß auch mit Gebäuden, was für Gebäude kommen noch. Man weiß alles nicht. Also, da würde ich sagen, können sich die Zuschauer überraschen lassen, was noch kommt, was entsteht und wie das Ganze dann abgeht. Nee, Herr Weganus. Ja, Herr Schlemmer, Herr, äh, Sie können uns doch jetzt noch mal bitte sagen, wie heißt Ihr Hof? Saufergasse? Ja, das ist der Hof Saufergasse Pool. Jetzt bitte auf Deutsch? Die verrückte Henne. Achso. Achso, Gesundheit. Gut, liebe Leute, wenn ihr in der nächsten Aufnahme dabei seid, also im LS22, wenn ihr den habt, meldet euch hier auf dem Discord oder bei Mario. Anzuschreibende Person wäre Moselbrücke, S-AVID Mario oder zuweichen Wierne Twitch. Somit sind wir raus. Ich wünsche einen schönen Abend noch, schönen Nachmittag. Tschödelü. Jo, von mir auch. Tschö, bis zum nächsten Mal. Von mir auch. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war zu spät.